Die Camper Schallschutzkabinen sind in individuellen Größen konfigurierbar. Die Eingangsbereiche sind mit seitenverschiebbaren Lamellen ausgestattet. Der leichtgängige Absaugarm sorgt für optimale Erfassung. Dieser ist optional mit einer LED-Beleuchtung erhältlich. Die Camper Absaughaube erfasst aufgrund ihrer Formgebung 40% mehr Schweißrauch als herkömmliche Absaughauben. Rote Schutzscheiben ermöglichen sicheren Einblick von außen. Camper Schleifkabinen sorgen für optimalen Schutz beim Schleifen. Die Schleiftische saugen die Schleifpartikel sowohl nach unten als auch nach hinten hin ab. Die Tische sind in verschiedenen Größen erhältlich. Bei größeren Bauteilen lassen sich die Seitenwände wegklappen. Auch für das manuelle Schneiden bietet Camper Absaugtische an. Hier erfolgt eine optimale Erfassung der schadstoffhaltigen Luft nach unten. Die IFA-geprüfte Absaug- und Filteranlage filtert die schadstoffhaltige Luft und führt diese wieder in den Raum zurück. Ein Frequenzumrichter sorgt für Energieeinsparung. Der Geräuschpegel der Anlage liegt bei unter 65 dBA. Dies sind nur ein paar Highlights der Camper Absaug- und Filteranlagen. Camper – Ihr richtiger Partner für Absaugtechnik und Arbeitsschutz. Die IFA-geprüfte Absaug- und Filteranlage Untertitelung des ZDF, 2020